Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video stelle ich euch einmal die beste Smartwatch für 25 Euro vor und das tatsächlich, weil sie heute im Deal ist mittels der Cyber Monday Woche 2020. Eine sehr, sehr hochwertige Smartwatch von Kulax, die ihr sonst nur für 40 Euro bekommt, ist heute tatsächlich für 25 Euro drin. Sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Gerade wenn ihr auf der Suche seid nach einer Smartwatch, die ihr perfekt im Alltag tragen könnt, die wasserdicht ist und aus Metall gefertigt, seid ihr hier definitiv richtig. Link zum Deal habe ich euch einmal in die Infobox gestellt. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details für euch zusammengefasst. Seid bei diesem Deal nur auf jeden Fall schnell, denn er ist komplett nur auf heute begrenzt. Und wenn ihr Fragen zur Smartwatch habt, gerne einfach alles in die Kommentare schreiben oder direkt bei Telegram reinschreiben. Und ich versuche natürlich so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Die Kulax Smartwatch. Eine der formschönsten Smartwatches im Niedrigpreissegment derzeit auf dem Markt. 1,3 Zoll Touch-Display, Farbdisplay natürlich mit diversen Fitnessfunktionen. Heißt, ihr habt hier unter anderem einen Schrittezähler, Schlafmonitor, Pulsmesser etc. drin. Und natürlich IP68 wasserdicht. Das heißt auch, ihr könnt mit dieser Uhr perfekt schwimmen gehen. Was die Uhr alles leistet, das ist tatsächlich einiges, muss man sagen. Und das fängt schon bei der Verarbeitung an. Hier ein ganz Dreisegment untypisch. Das Ding komplett aus Metall gefertigt. Sehr, sehr schön von der Lünette über die Krone bis hin zum Kautschuk-Armband ist das Ganze wirklich extrem gut gefertigt worden. Muss man sagen, hochwertig und vor allen Dingen auch von der Haptik her hochwertig. Das heißt, wenn ihr die Komponenten anfasst, wenn ihr den Drücker verwendet oder auch wenn ihr einmal die Haltbarkeit des Armbandes betrachtet, ist das Ganze hier richtig, richtig gut. Großer Vorteil beim Armband wird über einen Pin-Regler gesteuert. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit selbstverständlich auch andere Armbänder einzubinden. Was richtig gut ist. Auf der anderen Seite ist natürlich, ihr müsst nur bei den anderen Anbietern darauf achten, dass ihr einmal die richtige Bandbreite erwischt und schon könnt ihr jedes Band hier einklippen. Sehr, sehr gut. Gerade auch für jeden, der jetzt noch eine andere Bandfarbe vielleicht für die Uhr am Ende sucht. Die Uhr lässt sich dann super einfach mittels der App einmal verknüpfen. Was natürlich hier der große Vorteil ist, dass ihr wirklich hier ein Plug-and-Play-Verfahren habt. Innerhalb von der Bluetooth-Pairing-Gruppe habt ihr hier diese Uhr wirklich ruckzuck in der App drin und dann könnt ihr sie auch schon direkt konfigurieren. Selbstverständlich könnt ihr euch dann auch auf der Uhr SMS, WhatsApp etc. anzeigen lassen. Und die Uhr vibriert auch, wenn ihr Anrufe bekommt. Das heißt, hier habt ihr auch ebenfalls ein vollwertiges Smartwatch. Schlafmonitorings-Funktion, einer der großen Pluspunkte dieser Uhr. Selbstverständlich sehr zuverlässig und über die App dann mittels Diagramm auch sehr gut nachzuvollziehen. Was ebenfalls super ist, ist, dass die Uhr das GPS-Signal eures Smartphones nutzt. Ähnlich wie eine Apple Watch könnt ihr dann hiermit auch perfekt Routen beim Laufen aufzeichnen und generell durch die vielen Sport-Presets ist auch hier fast keine Grenze gesetzt. Das ist richtig gut, was die Uhr hier leistet. Die meisten Sportarten oder sportlichen Aktivitäten sind ähnlich wie beim iOS, WatchOS beispielsweise auch hier eingespeichert, sodass ihr einfach nur noch draufklicken müsst und schon kann es losgehen. Selbstverständlich könnt ihr auch euren Hintergrund konfigurieren. Dafür gibt es erstmal vier vorgefertigte Hintergründe in der App und selbstverständlich noch viele weitere Web-Interfaces, die ihr euch auf die Uhr ziehen könnt. Ihr könnt es allerdings auch komplett selbst konfigurieren, sodass ihr beispielsweise ein Foto als Hintergrund verwendet für die Uhr, was das Ganze natürlich nochmal sehr, sehr schön und spannend macht. Ebenfalls, und das ist eine neue Funktion, ist im Prinzip, dass hier der Blutsauerstoff gemessen wird. Natürlich ist immer so die Sache, wie zuverlässig das letztendlich ist. Im Vergleich zu einer medizinischen Messung, das ist immer sehr vage. Wie bei allen Smartwatches würde ich euch empfehlen, wenn ihr Probleme habt mit gewissen Parametern, geht besser zum Arzt, lasst euch da durchchecken und der kann euch definitiv nochmal den realsten Wert sagen für das, was ihr auch wirklich dann am Ende ermitteln wollt. Von daher, wenn ihr die Uhr haben wollt, nutzt es definitiv aus. Super Preis, 25 Euro heute anstelle von standardmäßigen 40 Euro und Link natürlich zum Deal für euch in der Infobox. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, einfach alles einmal in die Kommentare schreiben oder direkt bei Telegram rein. Wir versuchen, so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Bis dahin hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.